Es regnet, das ist ja unglaublich und das in Kalifornien. Na egal, dafür spielen heute die California Corn Flakes, eine Art Punk Band und da bin ich mal gespannt. An der Gitarre, Jörg Lütz! Und am Mischpult ist ja heute kein Mischpult mehr, sondern nur noch ein Tablet, Peter Bratz! Da hinten irgendwo ein Bierstand. So, was haben wir jetzt? Nach diesem grandiosen Welthit spielen wir den nächsten Welthit. Okay, und er heißt Roter Minirock! Achso, du darfst ruhig noch zu Ende stimmen. Warst du schon fertig? War die E-Seite schon bestimmt? Ja, die Stimme während des Songs. Alles klar. Spalter! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Mit dem Supermarkt hatte ich meinen Spaß. Mit dem Anpasswagen laste ich herum. Ein paar Omas mussten dann laufen und ich fuhr einige Regalungen. Und dann stecke ich mich an Kasse 4. Zwei Älter nach Ausfall waren vor mir hier. Und fiel mein Blick auf die Kassierer hin. Und nicht mal hin. Und ich seh die rote Baby-Rom. Baby-Rom. Und sie ist immer nett zu mir, nett zu mir. Und ich seh die rote Baby-Rom. Und ich seh die rote Baby-Rom.